Sidney's Vlog, guck mal Sidney's Video. Meine Fresse, ey, das wird zum Löwen neue Marke released, dann kriegt der man hier. Meine Leute, was geht ab zu einem erneuten Vlog und zwar ein ganz, ganz, ganz besonderer Vlog, neulich, ja? Ja, 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 danke dir von der Zappel neunten. Danke an alle neuen Follows. Willi Geller und ich fahren jetzt gerade dahin, in einer Stunde kommt Willi an den Meli, wo höchst das Shooting für unser neues Geschäft. Das wird am Dienstag geleakt, wir freuen uns sehr und... Perfekt. Meine ich, wenn wir gerade Babys sind und die Mutter, komm ich nach Hause, einfach mal die Platze polieren. Können. Danach gehen wir in eine Fußballhalle und nehmen eine Fußball-Challenge auf, zusammen mit Eldin und Ermin. Also mit Eli, Willi, Ermin, Eldos und danach ist eigentlich geplant, Eldos will ja immer ins Kino gehen, 24. Und ja, dann wollte ich mit Eldos ins Kino gehen und ja, hm, nicht alleine. Kurzer Call, Treffpunkt, 14 Uhr, 14.05 war ich los und ich fahr 20 Minuten. So. Er ist zur falschen Location gefahren. So ein dummer Kopf. Ich bin jetzt da, 14.29 Uhr. Ich hab ein ganz schlimmes Gefühl, ich seh Elis Auto auch nirgendwo. Eigentlich muss man hier irgendwo ein schlecht geparktes Auto sehen und das ist dann Eli. Mir wurde gesagt, Kopenhagenstraße 60 in Wedding. Ich bin in Wedding, ich bin in der Kopenhagenstraße 60 und ich hasse Berlin, weil es gibt anscheinend sieben Straßen. Ich schick ihnen die Adresse, ich sag, Sydney, bitte sei 14 Uhr da. Bitte, bitte, bitte. Wir haben ein Shooting mit Leuten, die aus Stuttgart gekommen sind, extra. Und die sind schon seit 12 Uhr da, kommen nicht zu spät. Ich schick ihnen die Adresse. Der Typ fährt zur falschen Straße. Also 14.30 Uhr, er ruft mich mit seiner hässlichen, verkackten, verschlafenen Mine an mit seinem 500 Millionen Tiefmeter Augenring. Und so, äh, komm mal auf die Straße. Ich sag, nee, die sagen, das ist zur falschen Straße gefahren. Digga, und dann musste ich das denen erklären. Und dann sagen die so, Sydney, wusstest du, dass Amar jetzt zu mir gesagt hat? Und wie machst du das immer mit? Wie hältst du das aus mit dem? Acht Jahre. Das ist doch wie so ein kleines Kind. Und genau das gleiche hat Patrick zu mir gesagt. Das sagt mir jeder, der dich so kennenlernt und wenn ich dabei bin. Jeder. Die so heißen. Oh, wer ist denn da? Wer bist du denn? Unangenehm, jetzt da reinzulaufen, aber ich bin den Stiefel mal trocken runter, weil ich bin erfahrener zu spät. Hallo. Der Typ sieht ja frisch aus. So, ich habe schon Wollt. Wir warten jetzt auf Willi. Wir fangen aber gleich mal an. Guck mal, guck mal kurz das an. Digga, ich sterbe, ne? Oh mein Gott. Das ist die größte, die ich je gesehen habe. Das ist die größte Achte der Welt. Wow. Aber eines ist das stimmt. Der hat den Affen, ehrlich. Der sieht wirklich hart aus. Hast du die Rolle dabei? Der sieht nicht hart aus. Ich kann manchmal, wenn ich mitsinge, dann beiße ich da so auf und so. Das ist echt hart. Das ist Patrick. Das ist so ein kleines Kind. Der Mann ist Macher. Der Mann muss mir sein Haus am Bodensee geben, weil Vita Welt mehr Follower als Braté. Der Mann macht mit uns zusammen Vita Welt. Der macht auch Braté. Der macht Produktion und alles Chat. Und er meinte zu mir, wenn es, er sagt, ich meinte, wir schaffen safe 50.000 Follower. Dann meinte er, niemals und so. Niemals. Egal wie, egal wie fame ihr seid, egal wie die Leute euch lieben, das geht gar nicht. Die kennen sich aus, sagt er. Ich sage, okay. Lass uns um was wetten. Er sagt, okay. Ich sage, eure Seite wird nicht mehr Follower haben als Braté am Ende des Jahres. Ihr die Geller habt sofort eingeschlagen. Ich sage, um was wetten wir? Alles, was du willst. Er hat irgendwie so ein Haus am Bodensee, 3000 Quadratmeter Grundstück oder so. Und ich darf da eine Woche Urlaub machen. Das Ding hat einen Tennisplatz. Und da hast du, der ist halt so, oder ganz, ganz verrückt. Und ich darf da eine Woche lang Urlaub machen und Party und weiß ich nicht was. Alles auf seinen Nacken. Viel Spaß. Bis zum Ende des Jahres. Die hatte nach 8 Stunden 100.000 Follower. Rater hat, glaube ich, 80. Herr, gute Baller. Das schätzt der Mann nicht, wenn der warm ist. Elis ist festgeworzelt auf dem Boden. Oh, der hat sich leider nicht gefilmt. Wirklich? Das ist Qualität. Da haben wir gar keinen Fremdschirm mehr, das ist bestimmt. Der Mann sieht die Männer hier zu müssen. Und mollet es hier runter, der Weltmeister. Er hat keinen Zweifel. Wie ganz gut, dann findet es halt sehr schreckt. Und das gefällt mir. Sehr schreckt. Ich habe nämlich auch keinen. Oh, ich habe das hier. Was hast du für einen Wetter, Suska? Sein Neffe, glaube ich, ist absoluter Elie Geller-Fan. So, Jürgen Würger, ich kann sein, dass er gerade zuguckt, Jürgen Würger am 20. Und als er ihm erzählt hat, dass wir das zusammen machen, ist er fast ausgerastet. Und er ist ein richtiger Fan von mir. Und da meinte ich, wenn es weniger hat, dann fahre ich zu seiner Schule hin, gehe in sein Klassenzimmer und begrüße ihn und mache mit all seinen Freunden Bilder und mit ihm und chill den Tag da mit ihm danach. Und er kriegt was von Elevate und alles. So alles, was er will. Ey, die hier sind alle so professionell. Und dann... Ja, ich weiß nicht, das mache ich hier nicht zum ersten Mal. Die Zuschauer, die sind interessiert, was ich... Ich weiß nicht, was Sitten hier mal von mir gefilmt hat, aber ich kann Real Talk gut werden. Und das beweist... Der Arme, ja, der Arme, Digga. Aber vielleicht, wenn ich irgendeiner Nähe bin, da werde ich auf jeden Fall mit den Chains... Deine Hand. F an den Breer, ja, wirklich. Okay, weiter geht. F an den Nerf. Ich glaube, es wird so sozial umgehen. Ist aber auch echt weit hoch, weit oben. Weit hoch. Einen habe ich noch, ganz genau. Glasser. Aha. Das sind keine Glasser-Profilen, aber gewappt. If you can do it, you can do it. Ja, ja, das will ich sehen. Der ist nur am liken, am runtersweiten, liken, runtersweiten. Guck mal, wie aggressiv. Guck mal, guck mal. Wie schnell er liked und so. Er ist nervös. Oh. Ja, es ist heiß. Es weiß, okay. Nein, nein, nein. Oh, okay. Aus dem Handgelenk. Dankeschön. Ich frage jetzt, ob wir so Bilder machen können. Können wir so Bilder machen? Ja. Wirklich? Das ist lustig, ehrlich jetzt. Ja, machen wir das. Das ist der Projektleiter, so von deren Seite. Ja. Wirklich? Das ist lustig, ehrlich jetzt. Ja, machen wir das. Ja. Ich fühle mich ein bisschen dumm. Ich glaube, die denken, ich habe was intus. Aber habe ich nicht. Ich bin nüchtern. You know the drip form. Der Fuffi hat so wehgetan in seinen Augen. Chrissy, der Typ hat acht Restaurants in München und drei Shisha-Cafés oder so. Dem tut das nicht so weh. Willi Vollbart, ja. Okay, das ist... Okay, das ist... Yeah. Nice. Ja, das ist dann... Kommt euer Getränk auch in Läden oder nur online? Wir haben schon Interessent... Also in Läden sogar sehr, sehr groß. Aber wir wollen noch nicht so viel verraten. Aber ihr wisst gar nicht, wie big, Freunde, wie viel diese Follower hier so ausmachen. Das ist so verrückt, Digga. Das hat 100.000 Likes, hat dieses Bild. Es ist völlig verrückt. Gib mir mal so einen Spieler hier. Thomas Müller hat 121.000 Likes auf so ein Bild. So, damit ihr das mal so vergleichen könnt. Das ist krank. Ja, okay. Kommt ein bisschen mit. So ein Ding. Das ist völlig krank. Ich finde 99 Cent echt günstig. Ja, wir wollen es günstig verkaufen. Aber es ist noch nicht safe. Unser Ziel ist unter 1 Euro. Es wird aber nicht großartig teuer, Chat. So, da könnt ihr euch... Da könnt ihr sicher sein. Ey, dem bist du bereit gekriegt. Ja, gehen wir heute. Wir wollen die Sachen nämlich in Massen verkaufen. Wir wollen nicht, dass ihr das einmal kauft und dann war es das. Sondern wir wollen, dass ihr es kauft, es euch schmeckt und sagt, Alter, das ist sogar günstig. Und man kann mit gutem Gewissen trinken. Das Ding wird weniger als 4, 5 Kalorien haben. Das heißt, so eine Flasche hat vielleicht, weiß ich nicht, wir versuchen mal so 10 Kalorien anzupeilen. Und kaum Zucker. Einziger Zucker, was drin sein wird, ist Fruchtzucker. Und der wird nicht hoch sein. Das Ding wird kaum, äh, wird fast nur aus Wasser bestehen. Und ja, das ist unser Ziel. Lieber, verkaufen wir Millionen Flaschen. Ey, das ist jetzt da. Für... Ey, das ist ey, das. Ey, den Gutsi. Gut siehst du aus. Gut siehst du aus, ey, das ist. Gut siehst du aus, ey, das ist. Aber deine Stimme ist scheiße, man. Armin. Mr. Wankenkorn. Airball. Alter. Nach halb. Oh, der war cool. Was ist los? Habt ihr einen Kinn hoch? Hoch, hoch. Aber ich hab ja. Ja. Der Atem. Let's go. 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 Hey Leute, Eli. Einmal Hummerchips und einmal knuspriges Hühnerfleisch und einmal süß-sauer-Nudeln. Digga, es sieht aus wie ein Rapper. Chat. Let's go, fam. So. Wir gehen ins Edward. Edward ist heute mit selber. Was ist ich? Guck mal. Es sah aus, als wenn ich eine neue Single gedroppt hätte. Hier war ein Jürgen Burger. Einmal Hummerchips und einmal knuspriges Hühnerfleisch und einmal süß-sauer-Nudeln. Digga, wenn du das machst, Edus, dann schweißt du was. Ja, doch, viele Ein-, ja doch, viele Plus-Einsen. Niko hat unsere Idee geklaut. Mega. Er hat in unser Gedächtnis geguckt. Unser Gedächtnis? Er hat in unsere Gedanken geguckt. Das war unsere Pose. Jetzt können wir es nicht mehr posten, Jungs. Guckt hier, vor 10 Minuten, wir können dafür nicht. Es war ein Meisterwerk. Das war's, bestellst du? Krabbenchips und Zampoda. Zampoda? Tampoda. Tampoda. Tampo. Tempo. Nimmst du Sushi? Ja, ja. Und Krabbenchips. Und bis zu Hause. Hm. Das ist so. Ich habe mir den Jungs mit abgeschlossen. Ja, bitte. Nein. Danke. Guck ihn dir an, Digga. Ich will mal ganz kurz, ich kenne die, die sind nicht schlecht, aber warum bestellt man sich so? Die sind nicht schlecht, aber die, das ist so, als wenn du die Größer und einen Döner bestellst. Man, so sieht die Vorschläge aus. Das ist geil. Cooler Suppe. Simon Tempura. Cool. Was ist es? Man, es ist nicht auf, ich habe es. Oh nein, er ist Sushi mit Händen. Ey, das hat alles falsch gemacht in diesem Sushi-Laden, was man falsch machen kann. Ist der Name VitaVate eine Kombination aus Vitamin und Elevate? Nein. Der Name ist, wir wollten was mit Vitamin, Vita. Und dann war es ganz schön schwer, was zu finden, weil schon echt viel belegt war. Und das dann, was nicht belegt war, hat nicht so gepasst. Und wir fanden, das hat sich sehr cool angehört. VitaVate. Und es geht nicht um Elevate so, sondern es geht darum, dass die Leute, die uns nicht kennen... Sagen wir, du stehst jetzt vor dem Regal und das Ding heißt VitaVate. Da ist so eine fruchtige Zitrone drauf. Und da steht, das sieht cool aus halt. Dann haben wir uns dazu entschieden, bringen wir mal ein VitaVate-Bit. Welcher Geschmack? Zitrone. Ein VitaVate-Zitrone, bitte. Das hört sich cool an. Sehr nice. Das ist auch etwas zum Abzunehmen. Ja, das hat halt kaum Kalorien, ne? Freunde, wir gehen mit dem Ding zu einem Ernährungswissenschaftler. Ihr denkt, ich kann euch erzählen, was ihr wollt. Wir werden mit dem Ding zu einem Ernährungswissenschaftler gehen. Der wird das ausnehmen. Und da kann er euch ganz genau sagen, was da drin ist. Und es wird schmecken. Das wird eines der geilsten Projekte im nächsten Jahr. War es auch gut? Was willst du von der Tamke? Ja, bring mal ein Vita-Zitrone mit, bitte. Cool. So, wir haben fertig gegessen. Wir gehen jetzt ins Kino. Im Moment ist gekommen für Elevate. Sein Moment. Neuveli, 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 zweite Bitte. Nice. Er wollte sie unbedingt sehen. Wir machen es so wirklich. Die Männer parken noch. Ich gehe jetzt schon mal zu denen. Ich gebe ihnen einen kleinen Crash-Code. Umarmen. Gib ihnen einen Kuss auf die Wange. Vielleicht. Ich versuche, irgendwas zu drehen. Ich brauche eine Umarmung. Einen Kuss auf die Wange. Nicht ich, also Elders. Nee. Doch, komm, so bitte. Mach du es so. Nein, der ist verliebt in dich. Ja? Der ist verliebt in dich. Aber ich habe schon in ihn. Doch. Er ist süß, du wirst sehen. Oh, oh. Oh, oh. Elders. Oh Gott. Aber das macht Elders jetzt mal ehrlich. Das ist auch Quatsch. Telga, was ist das für eine Begrüßung? Oh, oh. Elders. Hey. Sehen. Oh, oh. Oh, oh. Das ist eine Digga. Ja, 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 ja. Hi. Wo er dann wegrennt. Oh Gott. Digga, was ist das Elders? Du musst da cool und selbst nicht darüber wirken. Ich sage es dir. Umarmen. Kurz lachen. Weitergehen. Elders. Wo machst du deinen Kopf jetzt hin? Wo machst du deinen Kopf hin? Was will ich denn? Digga, so umarm ich meine Mutter vielleicht. Also Kopf auf die Schulter und so oder weiß ich nicht, meine Oma. Aber das ist Quatsch. Und jetzt schreist du, weil sie dir einen Kuss auf die Wange gibt. Digga, alles falsch machen konnte, ehrlich. Und das kennt ihr die Stelle von American Pie, wo die eine den anderen Typen irgendwie nur so an Oberschreien gefasst und der dann kommt. Aber Sydney, das machst du auch nicht gut danach. Das machst du auch nicht gut. Du sagst, du lachst ihn aus und sagst, was macht er da. Das machst du auch nicht gut. Und wo läuft Elders danach hin? So cool. Er macht wohl. Ich dachte, du freust dich, mein Schatz. Wie hast du das gesehen? Ich war nervös, man. Wie peinlich, Elders. Das macht dir schon wieder unsympathisch. Wie jetzt? Lass mal Elders in Ruhe. Was? Wie peinlich. In zwei Jahren hat der Mann Millionen auf dem Konto. Wie sieht es denn dann aus, Digga? Was sieht es denn dann aus mit peinlich? Lass ihn mal in Frieden. Mach ihn nicht an. Können wir den so reinkacken und Popcorn salzig bestellen? Was denn, wenn ihr euch später küsst, schmeckt deine Zunge salzig? Wie ist mein Popcorn süß? Ey, ich will den TikTok machen. Oder er. Ja, ja, ja. Und zwar. Wie soll den Beifel treten, Alter? Tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick, tock, tick, tock. Dann gehen wir nochmal in die Maske und gleich geht's los, ne? Den Text hast du drauf. Soll es bitte? Okay. Das war auch ein Fehler von dir. Diese TikToks sind Quatsch. Diese TikToks sind, wenn ein nicht so hübscher Junge eine für ihn hübschere abbekommt. Aber du bist doch kein, du bist doch ein Hingucker, Elders. Du brauchst dich doch gar nicht so klein machen. Normaler, ein normales TikTok hätte das sein können. Soll ich jetzt gut schießen? Ja, machen wir alles. Geh mal, wo es ruhig ist. Kannst auch die Mante ausziehen. Wir gehen vom Kopf weg auf die Seite. Wir sind im Theater. Das ist für den Backroader. Vom Kopf weg. Ja, komm mal her. Vom Kopf weg. Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Wie meint jetzt weiß ich, ist das von da? Ja. Wie meint jetzt? So hier. Ja, ich muss drücken. Oh, oh. Nein, pass dich an. Komm, die Schulter. Pass dich an. Riech die Schulter. Jetzt von meinem Kopf weg. Ja. Ja, aber du musst erst auf Timer drücken. Elders, du musst viel selbstsicherer. Also ehrlich jetzt. Du musst viel selbstsicherer sein. Das ist es nicht. Du musst selbstsicherer sein. Das ist es nicht. Ja, mach ich. Ich drück mit. Ich drück mit. Mach mal jetzt mal. Okay. Du hast so reingekackt. Könnt ihr euch jetzt umarmen? Danke sagen. Ey, sag. Oh, Armo. Sag danke jetzt. Oh, Armo. Gerne, gerne. Jawohl, mein Schatz. So, wir sind jetzt fertig im Kino. Filmmäßig. Filmmäßig. Wir gehen jetzt weiter zum Fußball-Dings. Es ist jetzt halb zwölf. Wir gehen jetzt Fußball spielen. Auf Chile. Wir nehmen jetzt ein paar Challenges auf. Für Willis Kanal. Für Elis Kanal. Die kommen am Sonntag, wenn Koray so strafft. Koray, wie weit bist du gekommen? Rede mit mir. Soccer World im Marienfelde. Lass sie uns hier außerhalb der Öffnungszeiten reinlassen. Es ist nach 0 Uhr. Für den V1. Wir sind am Zocken. Cool. Fili macht sich hier gut warm, wie es sein muss. 2x2 Meter. Kurzding. Überstammbein. Überstammbein. Oh, down the left bottom. Erwin ist der schlechteste Tore-Hüter, den es auf der Welt gibt. Bruder, wir haben eine Fußball-Challenge aufgenommen. Was der Typ teilweise gemacht hat, ne? Ey, das ist zum ersten Mal wie zu Hause. Das wusste ich gar nicht. Eli, das ist Erwin. Hallo. Sind wir nachschlafen heute bei mir? Übernachtung vorziehen. Übernachtung vorziehen. Bus bauen. Machen wir gleich Bus bauen? Ja. Aber wir warten noch in Willi, oder? Ja. Dann werden die ganzen Babys gemacht. Ob du willst oder nicht, du wirst zwangverheiratet. Manfred wird da Eli so gut beackern. Manfred ist in zwei Wochen hier. Und dann lasse ich den Mann nochmal so einen Monat. Wann können die denn? Ich glaube so mit acht Monaten, ne? Da geht da Manfred so rüber. Dann schmeiße ich den Mann da kurz mal in die Wohnung. Dann soll der Mann da mal seinen Spaß haben mit Eli. Und gut, dass Eli glaubt eine richtige Schlampe. Sie lässt sich nicht ran. Junge, du weißt nicht, was Manfred für ein Macher ist. Guck mal, wie süß und hübsch Manfred ist. Bitte. Guck mal. Was für zwei Playboy-Kater. Kann sogar sein, dass sie einen Dreier machen. So, Eli halt mal gönnen. Wir gucken weiter. Tschüss. Mann friegt Fiksi. Mann friegt Fiksi. Mann friegt Fiksi. Werte, die Roomtür kommt übrigens, wenn ich sie aufgenommen habe. Ja, so. Oh, meinst du? Bei mir ist wieder Jugendverberge. Moin. Also manche Fragen kann man doppelt machen. Zum Beispiel, du kannst Sydney fragen, wann hat Wind? Guck mal, wie wir hier im Tunnel waren, chat. Kennt ihr die Stelle von WooHoo for Full Street, wo die so ihre Geschäftsideen machen? Guck mal, ich bin im Tunnel gewesen. Ich war da so im Tunnel. Manche Fragen kann man doppelt machen. Zum Beispiel, du kannst Sydney fragen, wann hat Winnie und ihr die. Es war vier Uhr morgens, Digga. Guck mal, wie ich da am Ackern war. So. Es wird Content vorbereitet. Komm mit, Kusget raus. Was willst du machen? Kochen? Ich hab ein Avocado. Zitronen. Einer heißt Manfred und der andere sagen wir noch nicht wegen Insta-Seite. Ich hab Pesto und Nudeln. Also Dinkel-Nudeln sogar. Vollkorn. Mach mal Vollkorn-Nudeln. Ich guck mal, ob ich was bestellen kann. Hier mein Shake, Proteinshake, Fitness, Glantenfutter. Der hört auch nicht auf. Du hast mit den schlechtesten Haushalten, die ich kenne. Und Teesorten. Ingwer-Tee, Salbe-Tee, Kohlungstee, Indischer-Chai, Wurstblum-Fronchaty. Ich war schon öfter bei Sydney, Freunde, da hab ich den Kühlschrank aufgemacht. Dann stand da eine Hennessy, völlig verrückte Mungo-Bohnen und so eine Zitrone. Die drei Sachen waren in seinem Kühlschrank. Voll oft schon. Er hat dann da auch nichts. Das ist meine Gewürze, falls du kochen willst. Smoked Chili, Bersalz, Honig, Honig und nochmal was Scharfes. Roter Pfeffer. So, jetzt haben wir nochmal Essen bestellt. Elli hat sich Katzenfutter bestellt. Wovon ernährt er sich, der holt sich immer was zu essen. Cool. Wir sind immer noch am Practicen. Warum, warum merkst du dir das? Weil du so lost war. Hey, der Nächste. Ich geh mal ran. Der Nächste. Wie viele Punkte hast du gehört? Ich war so ein Agra. Wollte wissen, wer hier hat, wie viele Punkte. Das Video kommt irgendwann nächste Woche. Elli genießt einfach jetzt mal. In vier Stunden nach Hamburg, Generalprobe für X-Mass Cup. Okay, das war der Tag Hilfe. Achso, jetzt ist der Session. Guck mal, ich wurde... Tolerant, danke deinem Prime. Ich bin jetzt deinem Klamm. Zweite. Aber das Video kommt einen Tag nach dem X-Mass Cup. Nach Elli genießt das Cup. Und da wurde schon genounced, dass wir einen Getränkemannke bringen. Vita-Welt, könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Den Instagram-Kanal verlinken wir unten in der Bio. Supportet uns dabei. Unser Ziel ist, 100k zu erreichen erstmal. Also Leute, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Erstmal 100k nach einem Tag. Jo. Boah, ich musste dieses Scheiß-Intro einfach mitmachen bei irgendeinem Video. Everything has changed. Every day, 24-7, you call my name. And I will come running, yeah, every day. 24-7, yeah, every day. I will come running, babe. Let's go. Right? I will come running, babe. Vielen Dank.